In der heutigen News-Folge geht es um. Findet dieses Jahr der letzte Grand Prix in Barcelona statt? Steigt Haas nach 2020 aus der Formel 1 aus? McLaren auch in Zukunft Papaya-farben? Update zum Coronavirus? Teams fordern Aufklärung zum Ferrari-FIA-Deal. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Dass die Rennstrecke in Barcelona in finanziellen Nöten steckt, das brauche ich euch nicht zu erzählen. Die Regierung Kataloniens und auch die Stadt Barcelona werden keinen Euro mehr überweisen, was bedeutet, dass nicht nur die Formel 1 vor dem Aus in Barcelona steht, sondern auch die MotoGP. Die Motorradrennserie fährt noch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr in Barcelona. Das gilt natürlich auch für die Frühjahrstestfahrten der Formel 1. Das berichtet die spanische Zeitung El Confidencial. Letzten Dienstag soll der langjährige Streckenchef Vincenz Aguilera aus persönlichen Gründen zurückgetreten sein, nachdem es zu einer heiklen Vorstandssitzung kam. Letztes Jahr gab es noch einmal einen Einjahresvertrag, doch aktuell sieht es so aus, dass auf dem Circuit der Barcelona-Catalonia im Mai das vorerst letzte Mal gefahren wird. Liberty Media verlangt als Antrittsgeld satte 22 Millionen Euro, die die Rennstrecke nicht besitzt. Der Grand Prix gilt als ein Minus-Business, obwohl man mit den Rennen 163 Millionen Euro für die Region generiert. Aber auch das Zuschauerinteresse geht in den Keller, aber Folgendes müsst ihr euch mal anhören. Tausende Tickets wurden einfach so kostenlos vergeben, um die Zuschauerplätze zu füllen. Außerdem wurde nicht nur bekannt, dass Barcelonas Generalmanager Juan von Serra Bonuszahlungen in Höhe von mehr als 700.000 Euro außerhalb der Vereinbarung bewilligt haben soll, sondern auch, dass es Verwirrungen in den Verträgen gab und die Rede war auch von verbotenem Einstellen von Zeitarbeitern. Gene Haas sagte gegenüber Autosport.com, dass er den Start in diese Saison dafür verantwortlich macht, ob Haas weiterhin in der Formel 1 bleiben möchte oder nicht. Ihm ist schon seit langem klar, dass er nur dann weiter in die Formel 1 investieren möchte, wenn sie konkurrenzfähig sind und er ist über die enormen Kosten besorgt, die das neue Reglement 2021 mit sich bringt. Haas muss klar sein, dass sie sich für fünf weitere Jahre verpflichten, wenn sie nach dieser Saison weitermachen wollen. Trotz der Einführung einer Budget-Obergrenze sieht Haas seine eigenen Kosten nicht sinken. Er kritisiert unter anderem die Geldverteilung. Für ihn seien 30% für sieben Teams und 70% für drei Teams kein gutes wirtschaftliches Modell. Das Mittelfeld ist sehr eng, das weiß Haas. Seinem Team steht ein harter Kampf bevor, aber er glaubt, dass es noch eine Chance gibt, gut abzuschneiden. Wenn McLaren 2021 vom Renault-Motor zum Mercedes-Motor wechselt, wird die Lackierung weiterhin Papaya farbend und nicht selber sein, so wie es von 1995 bis 2014 der Fall war. Danach kam noch ein schwarzes Design hinzu, bevor die orangenen Elemente dazukamen. Zac Brown sagte gegenüber Sky, dass sie Papaya lieben, das Auto ziemlich cool aussehe und es keinen selber mehr in Zukunft gebe. Durch die Rückkehr der Mercedes-Motoren soll bei McLaren wieder für mehr Stabilität sorgen. 2019 hatten sie nicht die Zuverlässigkeit, wo sie sein wollten. Diese wollen sie für 2020 haben. Bahrain und Vietnam haben ihre Einreisebestimmungen verschärft. Sportchef Ross Brown erklärte, dass ein Grand Prix nur mit der vollständigen Anzahl an Teams stattfinde, denn das wäre unfair. Gerade die italienischen Teams sind von den Einreisebestimmungen betroffen, darunter Ferrari, Alfa Tauri, teilweise Haas, Pirelli und Brembo. Alle Italiener, die in Vietnam einreisen, müssen in eine 14-tägige Quarantäne. Liberty Media verhandelt aktuell mit den vietnamesischen Gesundheitsbehörden, um das Rennen doch noch stattfinden zu lassen. Sie wollen sowohl das Rennen stattfinden lassen, als auch die Bevölkerung schützen und sie suchen nach Lösungen. Da gibt es aber eine Lösung. Charterflüge speziell für die italienischen Formel-1-Mitarbeiter direkt von Melbourne nach Bahrain, ohne Zwischenstops und mit Gesundheitschecks bei der Ankunft. Am Mittwochmittag kam es zu einem Paukenschlag. Die sieben nicht von Ferrari angetriebenen Teams haben die vier in einem gemeinsamen Brief aufgefordert, die Ergebnisse der Untersuchung der Ferrari-Motoren aus der Vorsaison offen zu legen, welche ihr hier lesen könnt. Sie behalten sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten, um die Offenlegung der Ergebnisse zu erzwingen. Wenn die Mehrheit wirklich gegen die FIA klagt, kann das böse enden. Sie wollen einfach wissen, ob bzw. inwiefern Ferrari gemogelt hat und ob das Auswirkungen auf die WM-Wertung hat. Das wiederum hat auch mit Geld zu tun. Geld in Millionenhöhe. Ferrari hat drei Strafen seitens der FIA bekommen. Sie müssen die FIA in Zukunft im Kampf gegen kommende Motorentricks zur Seite stehen, wobei es besonders um die Bereitstellung von Prüfständen geht. Des Weiteren ist es Ferraris Pflicht, bei der Erreichung der Klimaziele zu assistieren und sie müssen bei der Entwicklung von umweltfreundlichen Kraftstoffen Hilfe leisten, was Experten zur Folge achtstellig kosten würde. Die Strafe findet Dr. Helmut Marko viel zu wenig, wenn man da an McLaren und Ferrari 2007 denkt. Damals mussten die Briten 100 Millionen Dollar Strafe an die Italiener wegen Annahme von Spionagematerial überweisen. Außerdem waren alle Punkte von McLaren weg. Von der FIA kam Stand jetzt noch keine Reaktion auf den Brief. Kommen wir zu Mikes Meinung. Spanien hat ja schon eine Weile Geldprobleme und ich bin auch der Meinung, dass es der letzte Grand Prix aus Barcelona sein könnte. Dafür könnte ja Jerez einspringen. Als ich die Meldung mit Haars gelesen habe, war ich doch sehr überrascht. Aber es ergibt Sinn. Das Geld spielt eine entscheidende Rolle und nach fünf Jahren muss ein Team entscheiden, ob sie bleiben oder gehen. Mittlerweile gewöhne ich mich an die McLaren-Lackierung. Als sie früher noch silber war, hat mir das auch ganz gut gefallen. Es gibt ja quasi stündliche Updates zum Coronavirus, aber die Entscheidung von Ross Braun, ein Grand Prix nicht stattfinden zu lassen, weil nicht alle Teams dabei wären, ist nur logisch. Unglaublich, was ich da lesen musste. Die FIA und Ferrari hätten von Anfang an mit offenen Karten spielen müssen. Dazu kommt noch möglicherweise eine Gerichtsverhandlung mit Sammeln von Beweisen, Befragung von Zeugen und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich noch Monate dauern, bis da eine Entscheidung gefallen ist und das könnte noch richtig eskalieren. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Simon M. Er schreibt, Die Teams sollen doch einfach mal aufhören, die anderen Teams anzusperzen und einfach fahren und kämpfen. Klar, kopieren hin oder her, aber vielleicht ist es auch alles okay, so wie es ist. Und sie haben sich ans Reglement gehalten. Oh, servus, D.V. Dann sollen sie dich mit ins Boot holen und motorsportmagazin.com und die Sache läuft. Ach ja, und gerade Renault sollte sich mal an die eigene Nase packen und mal nach ihren eigenen Problemen schauen. Ich freue mich auf Zandvoort. Bei dem Kommentar beziehe ich mich nur auf die ersten anderthalb Sätze. Ich finde, da hat er recht. Dieses ständige Verpetzen geht mir auch auf die Nerven. Team A sagt etwas gegen Team B und Team B sagt wiederum was gegen Team A. Fahrt eure Rennen auf der Rennstrecke und gut ist. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Denn denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.